Wir sind in der neuen Adria-Kabine, die sehr viele Vorteile hat im Zusammenspiel mit der neuen Steuerung der Firma Doppelmayr. Die Connect-Steuerung verbindet die Kabinen über eine permanente WLAN-Anbindung und wir haben die Möglichkeiten, eine Gegen- und Einsprecheinrichtung hier für die Kommunikation mit den Gästen zu nutzen. In mehreren Sprachen können wir unsere Gäste informieren und auch die Rückmeldungen in den Stationen empfangen. Ein weiterer großer Vorteil ist die permanente Übermittlung des Energiestatus in der Kabine. Wir können die Kapazitäten ständig kontrollieren und auch über mobile Geräte die Lichtansteuerung in den Kabinen verändern. Die Entwicklung dieser Smart-Kabine bringt für uns und für unsere Gäste enorme Vorteile und eine Komfortverbesserung in der Beförderungstechnik. Die Digitalisierung schafft auch in Seilbahnsystemen viele Vorteile, wovon sowohl Betreiber als auch Fahrgast profitieren können. Mit der neuen Kabinengeneration von CBA und der Seilbahnsteuerung Doppelmayr Connect hat Doppelmayr Caraventa die technische Grundlage für viele neue Anwendungen im täglichen Seilbahnbetrieb geschaffen. Mit der Vernetzung dieser beiden Seilbahnkomponenten wurde die nächste Entwicklungsstufe erreicht. Das Ergebnis davon ist einerseits ein Höchstmass an Effizienz und Sicherheit beim Betrieb und andererseits ein noch nie dagewesener Komfort für die Fahrgäste. So kann beispielsweise der Seilbahnmitarbeiter die Kabinenfunktionen wie Beleuchtung, Belüftung, Sitzheizung einfach und zentral über die Seilbahnsteuerung Doppelmayr Connect ansteuern. Und das sowohl pro Kabine als auch für Kabinengruppen oder für alle Kabinen. Was einen Vorteil bringt, nicht nur in Skigebieten, aber auch in urbanen Bereichen. Wie viel Technik in einer Kabine verbaut werden soll, kann schlussendlich der Kunde selbst entscheiden. Die neue Kabinengeneration ist modular aufgebaut und für eine Vielzahl von Optionen vorbereitet.